Nils, du warst im letzten Jahr ein Gewinner. Dieses Jahr hast du auf der Bühne gestanden, richtig? Wie war der Abend für dich? Ja, ich hatte die schöne Aufgabe, den Echo für das Lebenswerk an Dusko Golkovic zu vergeben. Ein wundervoller Trompeter-Kollege und das macht großen Spaß natürlich dann. Wie gefällt dir das, dass der Echo Jazz jetzt zum zweiten Mal in deiner Heimat in Hamburg ist? Würdest du sagen, das ist der perfekte Ort dafür? Ich finde es super. Also von mir aus kann es gerne so bleiben. Wie beurteilst du die Jazz-Szene? Wie hat die sich entwickelt? Jetzt feiern wir den fünften Geburtstag vom Echo Jazz. Das hat immer mehr Aufmerksamkeit. Wie hat sich aus deiner Sicht die Szene verändert? Es gibt wahnsinnig viele junge kreative Leute und mittlerweile, ich finde, Jazz hat halt so eine riesen Bandbreite. Unter Jazz laufen die unterschiedlichen Stilrichtungen eigentlich schon. Das ist fast so wie Rock Pop, so ein weiteres Feld. Und irgendwie so ein Preis ist super, weil man sieht, es gibt einfach wahnsinnig unterschiedliche Sachen und es tut der Musik gut. Dein Fazit des Abends, was war für dich außer deines eigenen Einsatzes dein persönliches Highlight? Um ehrlich zu sagen, mein persönliches Highlight war Dusko zu treffen und ich glaube, jemanden so mit 82 zu erleben, irgendwie noch so vital, kreativ Trompete zu spielen. Das ist einfach echt schön. Schön zu sehen. Danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss.